Verteilungsgerechtigkeit bezeichnet die Gerechtigkeit von Verteilungsregeln und ihren Ergebnissen. Entsprechend gibt es eine Regelgerechtigkeit und eine Ergebnisgerechtigkeit. Die Ergebnisgerechtigkeit ist ein Gerechtigkeitskonzept, das solche Zustände einer Gesellschaft als gerecht definiert, in denen allen Mitgliedern der Gesellschaft der Nutzen aus der Gesellschaft in grundsätzlich gleichem Maße zukommt. Jedoch bei einem Verschulden des Mitglieds sein Nutzen aus der Gesellschaft entsprechend gekürzt wird, als Gegensatz zur Ergebnisgerechtigkeit wird die Regelgerechtigkeit angesehen. Antike und Mittelalter Aristoteles betrachtet die staatlichen Gesetze als Formalobjekt der Regelgerechtigkeit. Thomas von Akin in teilweiseem Anschluss daran das Gemeinwohl. Die Gesetzesgerechtigkeit ist für Thomas die allgemeine Gerechtigkeit, die er der Verteilungsgerechtigkeit und der Tauschgerechtigkeit als aus seiner Sicht gesonderte Gerechtigkeitstypen gegenüberstellt. Siehe auch, experimentelle Spieltheorie. Spiele im Bereich der Verteilungsgerechtigkeit erweisen sich häufig als eine Kombination von Spielen direkt um ein offen benanntes Ergebnis mit. Spielen um die Spielregeln selbst. Letztere Spiele werden auch als Metaspiele bezeichnet und sind unter anderem wegen ihrer internen Rückkopplung komplexer als die Spiele um eine Einfache Nutzfunktion mit festen Regeln Regelgerechtigkeit ist Rahmenbedingung und Spielgegenstand zugleich. Scheinbare Paradoxien und Unvernünftigkeiten ergeben sich bei solchen kombinierten Spielen für den Beobachter, der nur Teilaspekte von Verteilungsspielen betrachtet. Im Fall wiederholter Spiele zwischen Gesellschaften werden sogar völlige Selbstaufabfährungen einzelner Spieler durch Metaspiele erklärbar. Zur Untersuchung der Bewertung von Gerechtigkeit bei der Verteilung von Gütern können Variationen des Ultimatum-Spiels verwendet werden. In den folgenden Beispielen wurde die Sanktionierung von Verteilung in einem weltweiten Forschungsprojekt von zwölf US-amerikanischen und einer Kolumbianischen Universität untersucht. Dabei können diese Sanktionierungen auch Nachteile für den Sanktionierenden haben, die dieser jedoch hinnimmt. Ultimatum für zwei Spieler Spieler A wird ein Geldbetrag angeboten, den er mit Spieler B teilen muss. Spieler A bietet Spieler B einen Anteil an. Erst wenn Spieler B das Angebot annimmt, werden A und B ihre von A entschiedenen Anteile am Geldbetrag ausgezahlt. Wenn Spieler B das Angebot nicht annimmt, dann erhält keiner etwas. Beide Spieler verlieren. Ultimatum für drei Spieler, wie Ultimatum für zwei Spieler, aber ein dritter Spieler C kann Spieler A zusätzlich bestrafen, sollte er dafür zu egoistisch halten. Spieler C erhält dazu ohne jede Bedingung einen Geldbetrag und das Recht Spieler A für ein unangemessenes Angebot an Spieler B zu bestrafen. Dabei bleibt es Spieler C überlassen, zu beurteilen, was ein unangemessenes Angebot sei. Wenn sich Spieler C für eine Bestrafung von A entscheidet, bestimmt er, wie viel Strafe A zahlen muss. Die Kosten der Bestrafung für Spieler C Ein Drittel des Betrages, den er als Strafe für den Spieler A bestimmt hat. Diktator für zwei Spieler Wie Ultimatum für zwei Spieler, aber B muss das Angebot annehmen. B kann also nicht A durch Verzicht bestrafen. Bei zwei von den beschriebenen drei Spielen ist die Bestrafung mit Kosten verbunden. Damit kann der Bestrafung ein Wert zugewiesen werden. Man nimmt an, dass Menschen nur dann selbstlos handeln, wenn Egoismus sanktioniert wird. Allerdings gab es Unterschiede in der Bewertung der Angemessenheit des Anteils, den B von A erhält. In zwei Fällen in Akre und bei den Sanquinager nahmen B-Spieler Anteile auch dann nicht an, wenn sie zu hoch waren. Die B-Spieler lehnten hier nicht nur unangemessenen Egoismus ab, sondern auch eine aus ihrer Sicht unangemessene Begünstigung ihrer selbst. Systemtheorie und Ökonometrie In geschlossenen Systemen ist Gleichverteilung in allen Kategorien das wahrscheinlichste Ergebnis der in solchen Systemen stattfindenden Prozesse. Die Entropie des Systems hat dann ihr Maximum erreicht. Menschliche Gesellschaften sind beschränkt offene Systeme, denn sie können Entropie exportieren, wenn auch nur in einem begrenzten Maß. Eine Möglichkeit die Entropie in der Gesellschaft zu senken, ist die Steigerung der Ungleichverteilung in irgendeiner von der Gesellschaft beeinflussbaren Kategorie. Ressourcen wie Einkommen und Vermögen stellen hier eine der wichtigsten Kategorien dar. Was ist hier im Ergebnis eine gerechte Einkommens- oder Vermögensverteilung? In der Ökonometrie gibt es viele verschiedene Maßzahlen für die ungleiche Verteilung von Vermögen und Einkommen. In der Wikipedia beschrieben sind der Gini-Koeffizient, die Hoover-Ungleichverteilung und der Teilindex. Die Ökonometrie zeigt, dass der Grad der Verteilungsungleichheit von Ressourcen auf Menschen sehr verschiedene Auswirkungen hat. Es geht nicht um Gleichheit oder Ungleichheit, sondern um den Grad von Gleichheit bzw. Ungleichheit. Wenn diese Tatsache nicht berücksichtigt wird, werden Diskussionen über ökonomische Gleichheit unnötig kompliziert und normativ. Es gibt keinen Umverteilungsdruck, der rein proportional zur Ungleichverteilung wächst, sondern es gibt ein Verhalten, aus dem sich Optimalität ableiten lässt, wie anhand der drei Ungleichverteilungsmaße gezeigt werden kann. Der Gini-Koeffizient ist ein ohne Bezug zu realen Ausgleichsprozessen konstruiertes Ungleichheitsmaß. Dank seiner Popularität haben Sozialwissenschaftler jedoch viele Erfahrungen sammeln können, welche Bedeutung unterschiedliche Gini-Koeffizienten haben. Die Hoover-Ungleichverteilung ist das einfachste aller Ungleichheitsmaße. Sie beschreibt den Umverteilungsdruck in einer gleichheitanstrebenden Gesellschaft, in der ein Ausgleich basierend auf vollständiger Information mit minimalem Aufwand erreicht werden könnte. Der symmetrisierte Teilindex ähnelt der Hoover-Ungleichverteilung. Jedoch werden hier die aggregierten einzelnen Abweichungen von der Parität zusätzlich mit ihrer Informations-theoretischen Bedeutung gewichtet. Der symmetrisierte Teilindex beschreibt den Umverteilungsdruck in einem Gesellschaftssystem, in der ein Ausgleich durch zufällige Bewegungen von Menschen und Ressourcen erfolgen würde. Punkt. Liegt der symmetrisierte Teilindex über der Hoover-Ungleichverteilung, dann treibt die Ungleichverteilung einen Ausgleich von sich aus an. Denn die stochastisch erfolgende Umverteilung ist stärker als eine intelligent kontrollierte Umverteilung. Liegt der symmetrisierte Teilindex unter der Hoover-Ungleichverteilung, dann wäre eine kontrollierte Umverteilung wirksamer. Allerdings müsste dann auch bewusst Aufwand zur Steuerung der Umverteilung getrieben werden, wodurch Kosten entstünden, die einen Gewinn an Gerechtigkeit wieder schmälerten. In diesem Bereich hat die Gleichverteilung auch schon einen recht hohen Grad erreicht. Völlige Gleichverteilung wäre dann maximale Entropie. Leben ist jedoch dadurch gekennzeichnet, dass lebende Systeme aktiv einen Mindestabstand ihrer aktuellen Entropie zur maximalen Entropie bewahren. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit eines Mindestmaßes an Ungleichheit. In dessen Nähe finden beispielsweise skandinavische Gesellschaften ihren Arbeitspunkt, insbesondere bei sehr guter Ressourcenversorgung. Zieht man nun die Hoover-Ungleichheit von dem symmetrisierten Teilindex ab und trägt diese Differenz über den zugehörigen Gini-Koeffizienten auf, dann ergeben sich zwei Zonen. Unterhalb eines Gini-Koeffizienten von etwa 40% sind die sich aus realen Einkommensverteilungen ergebenden Differenzen zwischen Teilindex und Hoover-Ungleichheit negativ. Darüber sind sie positiv. Beobachtbar ist nun, dass die Wirtschaftsgebiete mit der höchsten Lebensqualität alle in der Nähe dieses Durchgangs bei 40% durch die Nulllinie angesiedelt sind. In der Ressourcenlage der Gegenwart liegt hier ein optimaler Wert für Ungleichheit, der sich bei einem freien Spiel der Kräfte von selbst einstellt und nicht erst durch normative Steuerung angestrebt werden muss. Sehr große Abweichungen von diesem Wert sind beobachtbar immer mit der Anwendung starker Gewalt verbunden. Die hier beschriebenen nicht-normativen Verhältnisse schreiben dem Menschen nicht vor, welche Art von Verteilung gerecht sei, sondern sie beschreiben, in welchem unterschiedlichen Grad sich Ungleichverteilungen den Menschen darstellen und welche Informations-theoretische Bedeutung unterschiedliche Ungleichverteilungen haben. Die Entscheidung, welche Verteilung gerecht sei, bleibt normativ und darum umstritten. Die Entscheidung, welche Verteilung gerecht sei, ist nun, dass die 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 Verteilung gerecht sei, ist